Zur Eröffnung der nächsten Hockey-Saison organisiert Halle 41 das Pfundskehlfest 2010. Am 18. September gibt es Freibier und Freigetränke für Klotten Fleier-Fans. Aber nicht umsonst. Aus diesem Grund haben wir den Pfundskehl 2010 gesucht. Und wir haben ihn gefunden. Dieser Pfundskehl 2010 muss mehrere Challenges erfüllen. Wie mehr Herausforderungen er gewinnt, kommen sie mehr Freibier und Getränke zu vertiefen.